Wir produzieren seit über 70 Jahren elektrische Anriebskomponenten. Insbesondere hier Elektromotoren, Getriebemotoren und auf Kundenwunsch die passende Elektronik hinzu. Wir fertigen an zwei Standorten, sowohl in Tschechien als auch in Kelheim und beschäftigen derzeit 230 Mitarbeiter und erwirtschaften damit einen Gesamtumsatz von über 32 Millionen. Speziell suchen wir klassisch die Maschinenbauer, Studiengänge wie Elektrotechnik oder Mechatronik. Uns ist es wichtig, dass unsere Ingenieure nicht eine Nummer in der Firma sind, sondern dass der Mitarbeiter ein Teil des Teams ist und zum Erfolg der Firma beiträgt. Zur Sicherung unserer Nachwuchskräfte bieten wir dieses Jahr erstmals ein duales Studium an und von jeher bilden wir eigentlich in unserem Betrieb Auszubildende aus. Wir bieten sowohl gewerbliche als auch kaufmännische Ausbildungsberufe an. Insgesamt beschäftigen wir derzeit 24 Lehrlinge und das über die drei Ausbildungsarten. Die Vorteile bei einer Ausbildung generell fundiertes Grundwissen an allen Bereichen und danach hat man auch natürlich die Möglichkeiten Abitur zu machen, Ingenieurstudium zu machen oder eben den Techniker oder den Meister, wo man dann auch selber als Ausbilder danach fungieren könnte.